Menschen, ähnliche Roboter werden künftig immer mehr unsere Arbeit übernehmen. Das sind sie, die Datenkraken, die unsere Daten, die wir ja freiwillig preisgeben, zur Gewinnmaximierung nutzen, wie Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM, Apple und so weiter. Wir werden überwacht, Tag und Nacht, weil wir haben ja ein Smartphone dabei. Und deshalb sagen wir, sei vorsichtig. Hier ein Beispiel für eine smarte Lösung im privaten Bereich. Datensicherheit ist oberstes Gebot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017